ich wünsche allen einen wunderschönen guten abend und herzlich willkommen zurück zu minecraft hier waren wir beim letzten mal stehen geblieben hatten in unserem wunderschönen wirtshaus noch mal geschlafen hier im npc dorf so wunderschön und er hat ein bisschen versucht lederlos zu werden ja die die ollen npcs hier sind die da die wollen das ja unbedingt haben und was war das jetzt der hat er kann doch gerade auch aus dem haus oder oder habe ich da habe ich mich da jetzt verguckt so als wenn man hier vor der rauchpartikel kam da gerade aus dem npc rausgeflogen was war da los was ist da los ich verstehe es nicht mysteriös gleich mal hingehen und gucken was da los ist so was mit ihr dann willst leder ist so ein zufall so ganz viel leder und hat das tat ich mit eigentlich mal gehandelt ein satteln ja gut wir haben jetzt schon genug sattel brauchen wir jetzt nicht noch einen passt schon passt schon passt schon passt schon ein ei und so was mit dir ja du damit wir auch schon gerne kommen wir auch schon so erst mal handeln damit es dir wieder gut geht es tut mir leid aber warte ich kaufe dir irgendwas ab wollte ja auch mal nicht hauen so sorry hab mich wieder lieb hab mich wieder lieb npc wollt ihr nicht hauen ist einfach weggegangen und der andere ist voll reingerannt das tut mir jetzt gerade ein bisschen leid hoppala na gut passiert aber die npcs können ja nicht ewig sauer auf mich sein oder vielleicht können sie ja schon hatten wir nicht eigentlich mal ein tor gab es hier so ein eingangstor das war einfach nur der zauber doch hier ist ein tor alles klar gut ich war mir jetzt nämlich gerade ein bisschen unsicher so und dann können wir noch ein paar hühnchen reinschmeißen okay würde ich sagen wir haben wir ja auch erst mal genug gehandelt die können sich ja jetzt hier noch ein bisschen vermehren noch hier ein bisschen ihre sachen an und abbauen wir können doch mal gucken dass wir vielleicht hier so einzelne sachen wie das hier wieder wieder herrichten dass das neue ist aber da haben wir gerade nichts dabei also daher gut dann ist es halt so npcs hier häuschen alles da alle glücklich finde ich super gut dann gucken wir mal dass wir den ganzen krimsel kam es jetzt hier weg tun dass wir noch das viertel level zusammen sammeln das steht nämlich auch noch an und dann kann man ja schon langsam mal gucken wo wir hier gegen diverse große monster kämpfen wir hatten nämlich in einer der letzten folgen hatten wir mit einem recht glücklichen händchen muss ich sogar sagen den zweiten und dann gleich noch den dritten widderschädel zusammen gesammelt was eigentlich schon ziemlich cool war naja da kann man ja mal gucken dass wir vielleicht hier mit den drei widerskelettschädeln ja vielleicht mich noch mal anstellt ich weiß ja nicht so hier ist aber erst mal sattel so den anderen sattel den immer mit in mit 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 drüber da wo die anderen sind äh lederhosen lederhosen wo sind meine wo sind meine lederhosen so der bogen ich will jetzt aber nicht zwei bögen mit mir rumschleppen pass auf wir haben wir haben ja genug eigentlich ich packe den alten jetzt weg so nehme ich nehme jetzt den hier mit obwohl da will ich vielleicht noch mal gucken dass wir da noch schlag drauf kriegen weil das haben wir bestimmt noch irgendwo rumliegen jetzt aber erst mal noch das level zusammen sammeln bevor wir hier irgendwas machen so ganz viele pilze die ja fröhlich vor sich hin wachsen finde ich super die ente die schieben wir mal ein bisschen wieder rein damit ihr hier nicht abhaut die glückliche glückliche teich ente noch mal kurz aufs trampolin das war lustig okay so weiter geht ich möchte ja hier noch ein bisschen was umklatschen wenn denn überhaupt was da ist unser monster fall das hört sich schon mal gut an so reichert schon noch nicht ganz noch nicht ganz jetzt mal level 30 erreicht so ich halte auch noch mal um wenn es denn sein muss gut haben wir irgendwas sinnvolles das können wir mal raus das tun wir mal rein weil schießpulver brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht das tun wir kurz weg alles klar dann würde ich sagen auf wie geht es hier ja ich auch noch ein bisschen alles um einfach was können weil es gerade da ist so zack zack ja jetzt kommen hier natürlich alle an oder was leute leute und der eine hatte kette dabei hoffentlich hatte die getroppt ja und kettenhelm und eisen etwas geht denn jetzt ab jetzt kommt ja alle an oder ist jetzt hier voll die für die party in unserer monster falle auch schon wieder eisen mensch reisen farm so was jetzt aber erstmal tue hier ich tue jetzt erstmal den kettenhelm weg nennen tue ich hier unten hin weil kette dann das schießpulver schmeiße ich irgendwo mit rein ist ja auch egal okay dann hauen wir hier noch mal uns quer durch weil es schon wieder voll ist so da ist noch ins gelett gewesen die erfahrung nehmen wir noch mit dann haben wir sogar ein level mehr ja komm ist jetzt jetzt auch gut hier kann ich aufhören so verlockend einfach immer weiter zu machen wir gehen einfach so nein nicht umdrehen wir gehen jetzt alles klar wir haben die 30 level auf jeden fall zusammen das geht ja immer recht fix so dann möchte ich verzauern und dann mit ihnen halt einmal level 30 ich hoffe ja eigentlich immer auf sowas wie behutsamkeit oder irgendwas was richtig geil ist ja aber gut das ist einem halt nicht immer gegeben aber gucken kann man ja mal das ist so wie pokémon sammelkarten ich weiß nicht mal zwar schon die die keine ahnung effizienz effizienz 4 ist zum beispiel eine gute eine gute verzauung mensch nicht schlecht so einfach nur mal aufs neugier gucken was es noch geben würde feuerschutz glück glück ist allerdings was feines das nimmt man auch noch mit da kann man ja mal ein bisschen glücklich sein mit sondern den rest den nutzen wir andersweitig und alles klar so und dann gucken wir mal dass wir doch irgendwo in unserer schmiede ein buch mit schlag rumliegen haben dann möchte ich mal gucken wie viel schlag wir denn noch auf dem bogen drauf kriegen können denn so ein bogen der schlagkräftig ist die ist eigentlich was feines hallo willi alles cool alles cool so schlag 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 federfall federfall plünderung was schärfe nein schutz effizienzwasserläufer effizienz effizienz haltbarkeit kühler ok in der kiste schon mal nicht wie sieht es hier aus schusssicher atmung effizienz haltbarkeit federfall federfall buchstäbe shirfene nö nö gut dann musst du ja hier irgendwo wären wir ja nur mehr kisten hier sind jetzt tausend bücher werden wir schon so viel verzaubert form schallag schutz stärke da ist einmal schlag nehmen wir gleich mal mit die so dann ja auch gott wir haben so viele bücher mittlerweile schon verzaubert das ist alles level die wir haben die wir rein investieren wurden federfall stärke verbrennung ist glaube ich nur auf schwertern sinnvoll ruhe so was haben wir hier noch haben wir hier noch irgendwas ich versuche mich gerade ein bisschen zu konzentrieren dass ich ja nicht noch vielleicht diverse Schlag-Dinger übersehe. Haben wir echt so wenig Schlag? Wow. Stärke? Nee. Schärfe. Tatsache. Okay. Ja. Dann haben wir halt nur so wenig. Auch okay. Dann ist das halt so. Hier wären noch Stärke und Schlag 1 drauf. Aber ja, komm. Wir nehmen den Bogen und Schlag und dann haben wir Schlag 2 und Flamme. Und Haltbarkeit. Ich denke, dann macht das den stärker, oder? Das ist doch der Sinn der Sache. Haltbarkeit auf jeden Fall. Gut. Schlag. Komm, 4 Level. Gib ihn. Soll der Geiz. So. Was haben wir hier noch? Effizienz und Glück. Ja, wir schmeißen es einfach hier irgendwo mit rein. Federfall sind das alles. Effizienz ist hier. Dann würde ich sagen, Effizienz tun wir dazu. Und Glück kann hier unten rumlöbeln. So. Alles klar? Ja. Willi ganz kopflos, wie er halt so ist. Der hat einfach kein Kopf für nix. So. Äh. Wupp. Hier wollte ich noch den Sattel reinschmeißen. Äh. Okay. Dann wird's dunkel. Und wir können mal gucken. Und uns vielleicht ein Pferdchen krallen. Hm. So. Äh. Hier würde ich schlafen. Dick, Dreck und Drack. Die passen auf die Drohnen auf. Finde ich super. Äh. Bopopopopo. Hier in unserem ersten... Das war ja unser erstes Seulchen, was wir gebaut hatten. Also neben der... Neben der Höhle. Ah. Das war noch Zeiten. Junge, Junge, Junge. Damals. Als wir noch jung und hübsch waren. Ja. Also. Als wir halt noch jung waren. So. Okay. Ähm. Wo? Falsche Kiste. Warum springe ich ins Wasser? Ich hab keine Ahnung. Moment. Da sind ja auch Möhren drin. Hä? Und ein Sattel. Das ist ja gerade ein Quatsch. Moment. Moment. Das ist ja dann mächtig Quatsch. Lass das doch hier reintun. Wenn das die Pferdekiste ist. Na. Ist ja auch egal. Ja. So. Äh. Ich nehm... Plup. Dich mit. So. Komm mal mit. Ich werd noch... Vielleicht noch ein... Noch ein Dingsrecht mit... Mitnehmen. Hier so... So ein... So ein Pinöppel. Bup. Alles klar. Ähm. Bup. Bup. Aufgesetzt. Und losgeritten. Brun-dü-din. Gut. Das schnellste ist der Esel jetzt nicht. Aber das passt schon. Ich möchte nämlich mal gucken... Wo denn hier unser... Letzter Widerkampf stattfand. Ne. Wir haben ja schon hier dieses eine Biken. Fröhlich vor sich hin leuchten. Und... Ja. Irgendwo hat man ja noch einen anderen... Bup. Bup. Also hat man ja den Widerkampf. Und da wollen wir jetzt einen anderen... Oder einen neuen Liter-Stern draus haben. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, wo meine Gedanken waren. Irgendwo. Und da habe ich auch schon was mit vor. Da müssen wir mal gucken. Was wir da Schönes machen können draus. Aber jetzt erstmal... Drun-dü-din-dü-din. Hier hineingucken. Dü-dü-dü. Dü-dü-dü-dü. Wo war der Widerkampf? Der war ja doch schon ein bisschen weiter weg. Also wir haben den ja nicht direkt vor Ort bekämpft. Weil... So ein Widerkampf, der kann schon ganz schön ausrasten. Und damit das... Damit der uns nicht total ausrastet. Haben wir gesagt... Na ja, gehen wir mal lieber ein Stückchen weiter weg. War das hier? Ich glaube, das war hier. Ja. Das... Das sieht irgendwie so aus, als ob das hier gewesen war. Wo wir gegen den Wider gekämpft haben. Würde auch hinkommen. So von der zerbombten Landschaft her. Das ist schon... Ja, gut. So nah ist das jetzt auch nicht, ne? Also, äh... Oder beziehungsweise so weit weg. Weil ich kann ja noch die Bäume sehen von hier hinten. Ja, okay. Wir haben den Platz aber gefunden. Also, ne? Der Wider ist halt sehr bösartig. Wie man sieht. Der hat auch Potenzial hier einiges kaputt zu machen. Ich denke, wir werden uns vielleicht noch ein paar Hunde besorgen. Das können wir noch auf jeden Fall machen. Dann können wir nämlich quasi mit den Hundi-Wundis... Äh... Den... Den... Den Wider ein bisschen ablenken. Ich hoffe, die greifen den dann auch ein bisschen mit an. Oh, Gott. Das war knapp. Oh, da... Wer baut denn da eine Schlucht hin? Seid ihr verrückt? Ich werde fast runtergerannt. Boah. Da habe ich mich ein bisschen erschrocken. Muss ich zugeben. Holla, die Waldfee. Oioioi. Naja, gut. Jetzt wissen wir es aber, äh... Dass da die Schlucht ist. Böse, böse. Ähm... Ja, versuchen wir doch... Eiskalt hier noch ein bisschen... Ding, 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 ding. Ding, den Wider zu erstellen. Also dann, ne... Jetzt erstmal noch ein paar Hunde. Wir müssen uns vorbereiten. So ein Kampf kann nicht einfach unvorbereitet losgehen. Das geht auf jeden Fall nicht klar. Wir müssen da... Mit einer entsprechenden Vorsicht dran gehen. Wir haben ja beim letzten Mal auch gemerkt, hätten wir da nicht... Äh... Uns so gut vorbereitet. Äh... Dann hätten wir ganz schön doof aus der Wäsche geguckt. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht, dass wir da doof aus der Wäsche gucken. Nein. Wir möchten effektiv hier... Vorbereitet sein. Vorbereitet sein. Ja. So. Hier ist das Schild, was Paul heißt. Und das Pferd. Wenn wir hier einfach mal das andere... Hier den Esel hinsetzen. Schwupp. Diwupp. Wupp. So. Könnt ihr euch lieb haben. Ja. Unsere zwei Nutzpferde. Effektiv. So einfach. Ja. Ding, 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 ding. Äh... Vielleicht nochmal Sachen reparieren. Ah, wohl... Haben wir hier Explosionsschutz irgendwo drauf? Nee, ne? Nur Schutz. Schutz? Feuerschutz? Okay. Also ich hätte eigentlich ganz gerne... Irgendwie eine Diamantrüstung mit... Explosionsschutz oder sowas. Gerade für ein Widder wäre das doch... Eigentlich eine tolle Sache, oder? Warte mal. Da müssen wir mal gucken. Weil ich weiß, die NPCs verkaufen uns Diamant... Äh... Brustpanzer. Da können wir uns nämlich vielleicht von denen einholen. Und den dann einfach nur noch hier... Weiter verzaubern. Da müssen wir nochmal gucken. Da habe ich jetzt natürlich vorhin nicht drauf geachtet. Äh... Ob wir hier Explosionsschutz auch irgendwo rumliegen haben. Moment. Was? Was? Federfall... Explos... Ex... Äh... Explos... Äh... Explosionsschutz. Nein. Okay. Nein, nicht. Ja, gucken wir mal hier. Da. Oh. Oh. Sogar einen recht guten. Vier und zwei. Hm. Federfall. 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 Nee. Der Rest ist was anderes. Okay. Da haben wir auf jeden Fall einen Vierer Explosionsschutz. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Weil der schießt ja mit Explosionen. Ähm. Dass wir uns dann sozusagen... Ne Widder... Anti-Widder-Rüstung bauen. Drun-dun-dun-dun-dun-dun. Hier hast du Haltbarkeit und... Nee. Gut. Okay. Wir haben auf jeden Fall Explosionsschutz 4. Das ist schon recht hoch. Ähm. Wir holen uns jetzt dann doch ein paar Smaragde. Also rennen wir doch mal wieder zurück. Hin und her. So ist es nicht schwer. Nee. Dann holen wir uns ein paar Smaragde. Und gucken mal, ob wir von den NPCs vielleicht... Hier oder da... Äh... Noch ein bisschen was abkaufen können. So was gute Ausrüstung angeht. Also ich meine... Irgendwer hatte da... Definitiv noch... Oder waren das die NPCs in der Welt draußen. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen doof. Ich hoffe einfach mal, die NPCs hier vor Ort haben sowas. Wenn nicht, müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht noch... Hier zu einem anderen NPC-Dorf in der Nähe gehen. Auf der anderen Seite von dem See. In diese Richtung da hinten. Ist ja noch was. Also nicht hier im Haus, sondern hinten in... Ihr wisst, was ich meine. Da können wir noch mal gucken. Ob da vielleicht ein Rüstungsschmied dabei ist. Ansonsten... Ähm... Gucken wir erst mal doof. So, was ist mit dir? Bist du Rüstungsschmied? Ne, du bist Werkzeugschmied. Hm. Okay. Bringt schon mal nix. Ich brauche einen Rüstungsschmied. Hallo. Wo seid ihr? Rüstungsschmied. Ah, perfekt. Und du verkaufst Diamantbrustpanzer. Gut, mit Schutz. Ist ja auch erst mal egal. Moment. Äh, mit dir kann man nicht handeln, ne? Ja gut, dann nehmen wir halt 16. Auch gut. Was ist mit dir los? Du bist so juckerig. So, der hat... Der hat ja jetzt was Neues im Angebot. Das würde mich jetzt noch interessieren. Weil manchmal haben die ja dann noch Kettenrüstung im Angebot. Oh, ich kann nicht widerstehen. Ich muss Kettenrüstung kaufen. Ja, da muss man jetzt auch mal zuschlagen. So eine komplette Kettenrüstung kriegt man hier nicht alle Tage zu. zusammen. So. Ich finde die Kettenrüstung einfach genial. Du kannst nur sagen, was du willst. Der NPC ist jetzt glücklich. Weil ich dir eben hier so ein fettes Rüstungsset abgekauft habe. Ich finde ja... Ich lege das mal kurz ab. Einfach damit man... Hier nochmal... Für die, die es... Also in diesem Text-Shop-Pack vor allen Dingen... Hat die Kettenrüstung einfach Style. Ich weiß nicht. Die hat einfach Style. Die ist einfach mega. Ich finde die voll cool. Na gut. Äh. Ist ja auch nicht schlimm. Bum, 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 bum. Leg mal wieder alles ab. Und dann kann man das nicht... Ja, das kann man auch so machen. Tschak, 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 tschak. Pum, pum, pum. Alles mit Shift ausgerüstet. So. Was wollte ich jetzt noch machen? Das magte. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Ja. Plum, 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 plum. Plum, plum, plum. Plum, plum, plum. Gut. Äh. Puh, 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 puh. Ja. Wir haben die Rüstung. Dann gucken wir jetzt einfach mal, dass wir mit... Ich hoffe, wir haben noch genug Haltbarkeit und so'n Spaß. Äh. Schutz. Wenn wir da... Ach, ich bin so doof. Ja, ich bin ja so doof. Ach, nö. Ja, es geht ja nur eine Schutzart auf so'ne Rüstung, ne? Ach, Mist. Ich weiß jetzt, ja, da können wir Schutz drauf machen und Explosionsschutz und... Moment. Es geht ja immer nur eins. Ach, das war jetzt doof. Mist. Ach, da ärgere ich mich grad ein bisschen, dass ich das total übersehen oder vergessen hab. Ach, Mann. Na gut. Egal. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen Händler, wo wir Kette holen können. Das bedeutet, wir haben auch immer genug Kettenpanzer, ne? Hier auch Verzauerte. Warum nicht? Aber... Ah, da müssen wir doch einen bauen. Ach, den muss man dann selber verzauern. Ja, wir könnten Erfahrungsfläschchen nehmen, aber... Guten Diamanten. Ah. Ja, gut. Wir müssen es halt machen, ne? Es führt irgendwo kein Weg dran vorbei. Wobei, wenn wir Explosionsschutz haben wollen, dann... ...müssen wir das halt durchziehen jetzt. So. Gut. Äh, wahlweise müsste ich es auch bauen. Zack. Alles klar. Dann haben wir noch... Nochmal Diamanten... Wir haben es ja dicke, ne? Wir... Einfach schmeißen die Diamanten durch den Club und schreien Bo oder so, ne? Keine Ahnung. Dann würde ich jetzt aber doch gerne noch die Level zusammenfarmen. Also nochmal zurück in die Farm, denn... Das war mit Level 30. Zumindest die Chance haben den... Den Ketten... Also diesen... Äh... Äh... Diamantbrustpanzer hier nochmal zu verzaubern. Vielleicht kommt ja irgendwas drauf. Vielleicht sowieso schon Explosionsschutz 4. Das wäre klasse, weil dann können wir mit Explosionsschutz 4 und 4 den kombinieren. Und dann haben wir Explosionsschutz 5. Wenn das... Wenn das überhaupt geht. Wenn das soweit machbar ist. Ähm... Bum, bum, bum. So, hier kommen schon die ersten runter. Alles klar. Guten Tag. Entschuldigung. Äh... Ich hab hier noch ein Stückchen Rüstung. Ja, gut. Ah, hier geht's schon wieder richtig los hier. Puh, puh. Ja, ich... Kommt da hinten natürlich nicht ran. Wie soll das auch anders sein? Und natürlich droppt der einen Bogen. Ne? Der droppt keine Kette, die er dabei hatte. Nein, der droppt den Bogen. Wo kommen wir denn sonst hin? So. Der kommt weg. Hallo? So, komm mal hier ran. Cha-ching, cha-ching. Level, level, level. Mehr, mehr, mehr. Dann können wir uns auch ein paar... Wow. Hallo? Äh, wird's gerade dunkel? Es wird gerade dunkel. Dann legen wir uns erstmal eine Runde schlafen. Ne, dann können wir nämlich uns auch noch ein paar Stakes Pfeile mitnehmen für den Witterkampf. Und Tränke haben wir. Hat man ja schon beim letzten Mal gebraut. Ich leg mal Musik auf. Buh, 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 buh. Laute Musik. Die, ktö. So. Okay. Diese weg. So, der ist weg. 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 Also wie Tontau umschießen. Bloß mit Zombies. Hey. So, das tun wir weg. Das brauchen wir nicht. Äh. Ja, ist ja gut. So. Eigentlich brauchen wir den Bogen hier auch nicht. Oder beziehungsweise, den können wir dann kombinieren. Damit wir wenigstens ganze Bögen haben. Obwohl, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu laut. Ich weiß auch nicht, wieso. Warum ist das so laut? Nehmen wir mal nach. Wir nehmen auch einfach mal eine andere Schallplatte hier. So eine ruhigere. Eben. Das ist viel chilliger. Brauchen wir hier nicht so. Ja, vorm, vorm großen Kampf brauchen wir hier nicht noch extra hier Stress machen. Durch irgendwelche laute Musik oder so. Kann man sich auch nochmal ein bisschen entspannen. Hallo. So, ihr könnt alle umfallen. Finde ich gut. Das Zombiefleisch ist auch gut. Das können wir auf jeden Fall, äh, den NPCs andrehen. Für ihre, also die fallen ihnen in den Priestern für ihre dunklen Experimente. Hallo Skelett. Piu. Und weg bist du. Ja, die Knochen. Können halt tonnenweise Knochenmehl herstellen, aber das, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist. Oh. Villager-NPC? Toll. So einen wollten wir doch schon immer mal haben. Hm. So. Also Villager-NPC, ja. Ich merke gerade, was ich da überhaupt erzählt habe. Ein Zombie-NPC oder ein Villager. Villager-Zombie oder, ne? Aber nicht, 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 nicht beides kombiniert. Das ergibt nicht so viel Sinn. Ja, komm. Der muss jetzt leider weg. Wir brauchen die Erfahrung. Da gibt's jetzt erstmal wichtigere Sachen. Pang, 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 alles abhauen hier. So, ein paar Level fehlen noch. Oh, ein Stack verratetes Fleisch sogar schon wieder zusammen. Werden sich die Priester freuen. Tschack. Ist jetzt hier was runtergefallen? Nö. Ja, das Skelett, was da hinten in der Ecke steht, wo ich nicht rankomme. Das stört mich ein bisschen, dass ich da immer nicht rankomme. Also ich kann den Stein hier abbauen. Theoretisch. Aber ich kann nicht die hauen. Warum nicht? Aus der Position. Strom macht buff. Und dann Licht aus. Nichts geht. Warum? Wundert mich einfach. Eigentlich müsste ich ja hinholen. Könnte vielleicht ein Minecraft-Bug sein. Oder ich bin einfach bloß zu blöd, ein Schwert in so einer Position zu schwingen. Will ich jetzt beides nicht ausschließen. Zack. So. Die Erfahrung kommt mal schön hierher. Noch nichts Cooles bei rumgekommen. Überhaupt ist hier gerade ein bisschen tote Hose. Warum? Den Knochen schmeiß ich mal hier mit rein. Wui. Plupp. Ja, die Trichter sammeln das ja alles auf. Das ist ja das Schöne. Die machen für uns die Arbeit. Na gut. Hm. Wir gucken gleich mal in der nächsten Folge dann gleich zu Beginn, dass wir das hier alles fertig kriegen. Dann sind hoffentlich auch wieder ein paar Monster gespawnt. Und wir haben dann hoffentlich einen wunderschönen Brustpanzer, der ja tolle Sachen kann. Wenn nicht verzaubern, würden wir den noch schnell. Und dann würde ich sagen, bekämpfen wir in der nächsten Folge schon den Wetter. Wieder. Das wird dann wieder sehr lustig. Mal gucken, was draus wird. Wenn es wieder heißt Minecraft. Schon morgen. Bis dahin. Haut's rein. Und. Ciao, ciao.